Moin moin und hallo! Dieses Video ist ein Teil meiner Workshops und ich wollte euch zeigen, wie ein Workshop bei mir abläuft. Gemeinsam malen wir euer ausgewähltes Motiv mit Acrylfarben nach. Ich erkläre euch die Malprozesse Schritt für Schritt und zeige sie auf meiner Leinwand. Ihr lernt technikend und nach jedem Schritt habt ihr Zeit, sie auf eure Leinwand umzusetzen. Alle Materialien sind dabei. Leinwände, Pinsel, Wasserbücher, Servietten, Teller und so weiter. Und ihr habt auch eine Leinwand für euch und eure Ideen. Mit Hilfe der Farbkreises lernen wir, welche Farben zusammenpassen. Und natürlich könnt ihr auch eure Farbkombination verwenden. Wir arbeiten mit verschiedenen Malwerkzeugen und bringen schöne Effekte auf die Leinwand. In den Abstract-Kalligrafie-Workshops erstellen wir zunächst einen schönen Hintergrund. Dann üben wir Schritt für Schritt meine geschwungene Formen anhand mancher Techniken richtig zu schreiben. Nach den Workshops werdet ihr bei Fragen zu Kalligrafie-Formen unterstützt. Die geschwungene Formen sind Ausdruck der Gefühle und der Tanz unserer Seele. Wolltet ihr auch eure Seele mittanzen lassen? Dann freue ich mich darauf! Kunst ist die Tour zur inneren Welt. Wir finden unsere Schubmunkraft und lassen sie uns führen. Macht ein Date mit euch selbst beim Malen. Diabendet Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018